hallo und herzlich willkommen bei heimkinoraum ich hatte das große vergnügen und wurde von devialet in paris eingeladen deren hauseigenes devialet heimkinoprobe zu hören bestehend aus neun phantom lautsprechern und das ganze hat mich echt klanglich richtig richtig umgehauen und die erfahrung die ich da gemacht habe die möchte ich heute mit euch teilen dieses kino gibt es tatsächlich nur einmal und ich bin mir ganz ganz sicher dass sehr viele von euch gar nicht wissen dass überhaupt eine heimkinolösung möglich ist mit devialet lautsprechern und auch in zukunft wird dabei devialet definitiv noch daran gearbeitet diese experience ja auch nach hause zu bringen naja dazu möchte ich euch auf jeden fall einiges in diesem video erzählen und deswegen steigen wir erstmal noch mal kurz ein mit der ganzen hardware die ich da überhaupt erleben durfte bzw was da alles zum einsatz kam ich habe es ja schon erwähnt wir haben hier neun phantom lautsprecher im einsatz und das ist mal eine richtige hausnummer wir wissen alle phantom serie ist nicht gerade günstig wir reden hier von high end luxus aktiv lautsprechern und die in dieser vielzahl in einem heimkino einzusetzen ist schon fast verrückt aber dementsprechend spaß macht auch dieses ganze kinoerlebnis wir sprechen hier von einem dolby atmos heimkinosystem mit devialet phantom lautsprechern drei phantom 1 haben wir auf der vorderseite also als center kanal linken und rechten kanal und dann sprechen wir von zwei phantom 2 lautsprechern für diese round kanäle und vier phantom 2 lautsprecher für unsere 3d audio kanäle also zwei vorne und zwei hinten dolby atmos beziehungsweise von der konfiguration war das eher ein euro 3d kino man kann natürlich auch alle diese 3d audio signale in diesem heimkino ausnutzen fakt ist auf jeden fall neun phantom lautsprecher kein subwoofer theoretisch wenn man es so aussprechen würde ein 5.0.4 system aber eigentlich könnte man auch sagen 5.9.4 weil jeder dieser phantom lautsprecher eine eigene basseinheit hat die hier klassisch beispiel devialet manier portabler lautsprecher push push zwei tieftöner die eine eigene endstufe haben die also wirklich mit viel leistung angesteuert werden und diese technik hat jeder der phantom lautsprecher und durch die vorstufe die hier zum einsatz kommt wird explizit das subwoofer signal an jeden einzelnen dieser phantom lautsprecher eben ja geschickt und dadurch bekommt man also ein vollwertiges heimkino ohne dedizierte subwoofer im einsatz zu haben weil jeder dieser phantom lautsprecher ja eigene subwoofer einheiten besitzt und die auch so angesteuert werden also wirklich ein wahnsinns kino und dementsprechend ist auch das erlebnis wirklich toll bei devialet kümmern sich sage und schreibe nur zwei personen um diese heimkino abteilung und diese zwei besonders netten herrschaften haben sich die zeit genommen mir das ganze zu erklären und vorzuführen und ja ganz besonders interessant wurde es dann natürlich wo wir den startknopf gedrückt haben und losgelegt haben dieses heimkino von devialet zu erleben muss man sagen denn es ist wirklich ein erlebnis diese ja so unscheinbaren lautsprecher wir wissen ja dass devialet phantom serie wirklich hervorragend klingt und das in dieser summe von neuen lautsprechern bringt wirklich eine ganz andere heimkino kulisse mit sich die ich sonst hier als heimkino enthusiast gewohnt bin da wir ja ein ganz anderes setup haben ich kann euch sagen man vermisst definitiv keine bässe neuen phantom lautsprecher die hier vollgas geben und ihr seht das auch hier in den impressionen die ich für euch gedreht habe diese lautsprecher können hier auf volllast laufen und ja geben einfach nur vollgas es macht so viel spaß und dadurch dass jeder dieser lautsprecher über so einen tollen frequenz tiefgang verfügt ist auch der bass überall vollumfänglich vorhanden es ist also nicht so wie sonst dass man ja ein bisschen vielleicht den subwoofer orten kann da steht da vorne links in dem fall ist überall bass überall action und überall einfach die komplette präsenz des filmes sozusagen vorhanden das ist wirklich sehr schwer zu erklären denn so ein kino habe ich noch nie gehört und ich denke auch so ein kino existiert sozusagen nur einmalig wenn man eben ein devialet phantom lautsprecher heimkino hat devialet typisch natürlich präzise höhen die front lautsprecher haben auch dedizierte mitteltöner wir vermissen hier nichts wir haben eine sprachverständlichkeit und wir haben natürlich unglaublich präzise effekte die devialet phantom 2 lautsprecher an der decke für die dolby atmos effekte machen einfach nur wahnsinnig viel spaß und was auch natürlich sehr sehr viel spaß macht ist den lautsprechern bei der arbeit zuzusehen denn wie ihr sehen könnt schlagen diese tieftöner einfach wahnsinnig weit aus und geben ein so ein richtig immersives heimkino erlebnis wie ich vorher noch nie erlebt habe weil jeder lautsprecher hier einfach richtig richtig arbeitet es war also wirklich ein ganz ganz tolles erlebnis ein devialet phantom heimkino ist definitiv eine exotische lösung und natürlich preislich auch in einer ganz ganz anderen liga wenn ihr aber mal die chance habt so ein heimkino probe zu hören im pariser devialet store oder bei einem freund zu hause dann nutzt auf jeden fall diese möglichkeit aus nichtsdestotrotz arbeitet devialet noch an einer hauseigenen lösung was die vorstufe anbelangt denn diese vorstufe kann auch naja kleiner und günstiger gelöst werden aktuelle arbeiten die also mit einer sehr großen audio net vorstufe soweit ich das in erinnerung habe und die hat auch technologie eben und hardware die so gar nicht zum einsatz kommt weil die phantom lautsprecher das gar nicht benötigen hier arbeitet devialet also in einer kleinen kompakten lösung um das audiosignal zu verarbeiten und an die phantom lautsprecher zu senden wer also dann in zukunft vielleicht zwei devialet lautsprecher hat 35 der kann die dann auch mit diesem kleinen modul wenn hoffentlich erhältlich ende des jahres oder nächstes jahr ist ein kleines team die daran arbeiten dann kann man auch kleine devialet heimkinos eben bauen ohne extrem teure vorstufen dafür kaufen zu müssen also da fehlt es noch an der hardware um diese lautsprecher anzusteuern devialet arbeitet daran und das lassen wir euch dann natürlich auch gerne wissen wenn es soweit ist das waren meine erfahrungen mit dem devialet phantom heimkino ich hoffe das video hat euch gefallen lasst uns gerne einen daumen da und abonniert den kanal für weitere videos dankeschön fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin alles gute